Techtivision ist Magento Enterprise Partner der ersten Stunde und inzwischen auch offizieller Adobe und Akineo Partner. Seit 2006 unterstützen wir unterschiedlichste Unternehmen in verschiedenen Branchen und Bereichen bei deren Digitalisierungsprojekten und haben uns über die letzten Jahre recht dynamisch entwickelt. Wir beschäftigen inzwischen ein Team aus rund 110 Mitarbeitern an vier Standorten in Kolbermau bei Rosenheim, München, Leipzig und Hamburg und können ein recht breites Leistungsspektrum anbieten, das von der Entwicklung einer Digitalstrategie und deren Implementierung über Design, natürlich Realisierung von Plattformen und Projekten bis hin zu Online-Marketing und Vermarktung reicht. Ein aktuelles Kundenprojekt realisieren wir gerade für das Unternehmen EGLO. Die EGLO Unternehmensgruppe mit Sitz in Tirol ist ein weltweit führender Hersteller von Wohnraumbeleuchtung und Außenbeleuchtung. Mit knapp 5000 Mitarbeitern produziert EGLO weltweit rund 25 Millionen Leuchten pro Jahr. Und wir haben eben mit dem Kunden gemeinsam in einem ersten Schritt eine komplett neue Digitalstrategie entwickelt. Auf dieser Basis eben dann die IT-Infrastruktur, also die bestehenden Plattformen komplett relauncht auf Basis von Magento Commerce und in einem ersten Schritt diese Plattformen in verschiedenen Ländern ausgerollt. In Phase 2, in der wir uns jetzt aktuell gerade befinden, sind wir eben gerade dabei, echte E-Commerce-Funktionalitäten auf Länderebene sukzessive freizuschalten und zu aktivieren.